Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier habt ihr eben schon dieses wundervolle Bild hier auf der Leinwand gesehen. Das steht heute Abend zur Versteigerung Marc-John-Rambo bei der Liste. Hier vorne sehe ich schon das erste Gebot, ein Euro. Wer bietet mehr? Fünf Euro sehe ich hier drüben. Wer bietet mehr für dieses Exemplar? Fünf Euro und zehn. Ja, okay, fünf Euro und zehn. Wer bietet mehr? Sechs. Sechs Euro haben wir hier vorne. Okay, höre ich noch mehr als sechs Euro für dieses Exemplar. Fünfzig Euro, super. Diese fünfzig Euro gehen natürlich zu hundert Prozent an das Blaupar abzüglich. Abzüglich und kosten Spesen und Gagen aller Beteiligten. Es gibt ja jetzt ganz, ganz viele Früchtchen hier heute Abend, die ihr schon gesehen habt. Den Typen, den wir jetzt sehen werden, der ist viel, viel mehr als nur ein Früchtchen. Es ist Marc's Zwillingsbruder. Wie viel ist es? Sie! Ich habe es ja mitgekriegt. Wir zwei, wir sind ja eher in so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und mit Normal Generation haben wir schon einen auch auf Großstadt gemacht mit so American Hip-Hop, Yo und Hey und Oh und Zeug. Und ich habe gedacht, wir machen das einfach mal ein bisschen natürlicher, so dass sich mein Zwillingsbruder und auch ich ein bisschen einfach damit identifizieren können. Und deswegen möchte ich euch mal bitten, dass ich alle eure Hände sehe. Haltet sie mal ganz weit hoch hier an. Und das ist jetzt vielleicht eure Aufgabe, dann ist sie noch ein paar, dass sie nicht eurem sind. Ja, das ist schön. Und dann geht ihr von eurer Seite aus nach... Ja, das sagt doch... Muu und Mäh. Das ist ganz klar. Muu, Mäh, Muu, Mäh. Das reicht schon, ihr seid super, man hat das auch wieder in diesem Riegel dran. Und ich gebe euch dann ein Zeichen, ja. Wie in meinem psychischen, soziologischen Konstitution, man verflastigt sich die Donne. Das ist gut, man hat das auch wieder in diesem Riegel dran. Man verflastigt sich die Donne, positiver Impfung. Mann, ich bin ein Kind von dir! типа zu, ob du es tun willst... Deines Individuums ist ein Kind von dir! Ja, ja! Das ist mein Bruder, Marc, ich bin hier einfach ein Du, von meinem Zähnensbruder, aber ich seh zumindest so aus. Und vielleicht kriege ich auch mal einen Applaus. Okay, das war jetzt ein Gag, aber was ich wirklich von dir denke, das kommt im nächsten Song. So here we go again, we're almost at the end. Here comes a last minute, half love from your friends, continue to be great, the world's depending on it. On your life, your soul, your heart and your wit. But a baby as happy as a man could be, your better half, while I made your life complete. You waited till you're 30, but now you got your YP, and we're thankful I'm crazy, which I will see. Ich seh einen Kämpfer mit dem Städt in der Hand. Und wenn er auch nicht groß war, die Topf der Karl entstand. Wenn alle Kinder Gottes so liebten, wie du liebst. Wo wäre dann die Welt jetzt, wenn sie hängen, wie du liebst? Ich frag mich, wo wäre die Welt jetzt, wenn sie hängen, wie du liebst? Es ist an der Zeit, teilzunehmen, das Land einzunehmen. Eik und Leila, Eiser wie ein Pfeil- und Bodenteam. Ihr trefft jedes Ziel mit dem Kopfschuss. Ganz genau, geteilt von hier bis nach Kokos. Ha, wenn ihr zu Boden und Pfeil greift, euer Schwer zieht. Erfüllt vom Heiligen Geist, dann ist es klar, wer gewinnt und wer zerrinnt. Ihren heißen weißen Sieg, denn der Herr bestimmt. Yes, I was born, I was born. I have a great heart. Ich seh einen großen, einen Helden mit Vision, einen Geliebten des Höchsten. Selbst wunderbaren Sohn, sich seh ein Träumen für die Schwachen. Ein Herz ist, das bewegt. Ich frag mich, wo wäre die Welt jetzt, wenn sie leben wie du liebst? Ich frag mich, wo wäre die Welt jetzt, wenn sie leben wie du liebst? Ich seh ein Haus wieder auf der Türen, wir wohnen als im Haus. Und an der Tür steht groß und fett, mein und Leila drauf und wenn die Scheiße am Dachverlust sagt, wie fühlt sie da? Ich frag mich, wo wäre die Welt jetzt, wenn sie leben wie du liebst? Ich frag mich, wo wäre die Welt jetzt, wenn sie leben wie du liebst? Okay, Marc, es ist ein Dankeschön von uns allen. Du bist für uns wirklich eine wunderbare Person, für mich, aber auch für alle. Und danke für alles, was du uns so nach Beziehung und Freundschaft in unser Leben gegeben hast. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben scho. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben scho. Du hattest gut, du hattest gut, wir bleiben scho. Das war das war das war das war das war's.